Kann ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen? Selbstverständlich. Ich bin in Wirklichkeit nicht sehr eisig. Nicht sehr eisig! Ich gebe mich nur als Newton aus. Und weshalb? Um die anderen nicht zu verwirren. Kapier ich nicht. In Wirklichkeit heiße ich Iris Schmid. Fahm Theater zu mitnehmen! Und was hat das mit Ihnen zu tun? Im Gegensatz zu mir sind die doch wirklich alle verrückt.